malzeit und einen wunderschönen guten morgen oder auch guten abend willkommen zu diesem video wir haben ein update bekommen viel rettet die welt tatsächlich hier sind einige neue sachen reingekommen ich habe es tatsächlich bei jemand anderes gesehen weil ich auf arbeit war wir werden uns das einfach mal anschauen ist soll der schlupf saft der schlupf schlupf safter diesen komischen safter aus diesen pilzen soll es jetzt auch in rdw geben hört sich nicht gar nicht mal so schlecht an weil die pilze an sich haben relativ wenig gebracht genauso wie der mais und so und wenn du halt gegen noch mal regenerieren kann schild dann ist es ja immer ganz nett wir schauen uns den ganzen spaß mal an jetzt in der sammlung da wurden auch ein paar helden neu hinzugefügt wir hatten ja jetzt vor kurzem tatsächlich im shop die ewige wanderin bekommen und jetzt werden wir uns das wie gesagt in der sammlung anschauen hier sollen jetzt weitere helden erscheinen bzw geben und da schauen wir mal wo sie sind sie haben jetzt auch glaube ich eine eigene klasse bekommen und ja wir haben mal schauen die ewige wanderin ist jetzt hier wunderschön das sind wie gesagt zwei helden die wir da bekommen haben müssen wir mal schauen wo die ganze spaß ist und zwar hier schräge helden gut schräg ist ganz nett wir haben hier einen entdecker bekommen beziehungsweise glaube ich zwei entdecker genau wildschirm dass er mit der royal charakter den haben wir jetzt hier auch bekommen und ja es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen das will ich jetzt hier kurz erwähnen tatsächlich das anscheinend dass mit den pilzen noch nicht zu ende ist wir haben ja das will ich auch noch mal kurz zeigen damit die leute auch entsprechend verstehen was ich laber und zwar wir hatten ja vor ewigkeiten eine neue map bekommen und anscheinend bekommen wir dort immer noch hier herbstliche gebirgsausläufer ist ja die map die wir bekommen haben vor ewigkeiten und anscheinend wird da gerade auch da waren ja auch die pilze gewesen die großen ranken und da werden jetzt anscheinend immer noch helden rausgebracht werden ja glaube ich die herbstkönigin bekommen und jetzt gehen wir entsprechend die schrägen helden noch dazu was auch sehr interessant ist ansonsten schauen wir uns mal die fähigkeiten an können wir die eigentlich schon erforschen nein noch nicht das heißt es könnte sein dass sie im shop reinkommen werden wir mal schauen ja der elektroschock turm erzeugt eine streit zwischen sich und dem spieler wobei die hüllen die sich im strahl befinden alle 0,25 sekunden 12 energie schaden bekommen als kommandant sind das dann 30 energie schaden ja ist sehr interessant hierbei muss ich tatsächlich kurz bisschen erzählen ja das hört sich gut an die sache ist aber das gab es in einem anderen spiel auch schon dort war das aber so gewesen dass es dann über teammates gegen tatsächlich also wenn mit freunden zusammen gespielt hast dann wurde dort eine ketten reaktion ausgelöst die dann nahe gegner sozusagen eliminiert hat dort oder halt auch schaden zugefügt hat das war ein cold war gewesen kann sein dass sie sich da was überlegt haben dass sie das mit dem schockturm machen ist auch real wie gesagt wollte ich jetzt hier einfach nur mal kurz erwähnt haben ansonsten die idee hört sich gar nicht mal so schlecht an man könnte schauen der schockturm ist aber nicht lange da vorhanden man kann aber jetzt schauen mit dem helden tatsächlich vielleicht ein unendliches schockturm zeit abzumachen oder halt eins was lang genug aushält wäre also sehr sehr interessant das heißt wir bekommen buffs für den elektro schockturm schauen wir uns den zweiten helden an der war glaube ich teddy bear gewesen teddy erzeugt eine spurenwolke wenn er neue ziele angreift spurenwolken bewirken bei feinden zwei sekunden lang gleitschern was sehr schön ist im kommandanten haben wir natürlich die fähigkeit dass das vier sekunden lang geht und 50 prozent mehr schaden macht ne nicht mehr schaden sondern verlangsamt das heißt sie kriegen vier sekunden lang gleitschern und sie werden verlangsamt die höhen beziehungsweise solange sie halt in dieser spurenwolke drin sind also kann man das in etwa so verstehen wie eine höchste wohnstacheln mit einer decken gas verbunden sozusagen ist also eine sehr sehr nette sache das heißt man geht jetzt auch hier tatsächlich den teddy bear nochmal einen kleinen buff zu geben beziehungsweise dort noch mal was zu machen hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an den teddy bear platziert man ja wenn man den teddy bear platziert vor sich ja doch das würde sind machen tatsächlich mit der spurenwolke da müssen wir aber tatsächlich schauen ob diese spurenwolke beim teddy bear erscheint oder bei dem kill eines feindes werden wir noch schauen auch wenn jetzt glaube ich hier das so steht erzeugt eine spurenwolke wenn er ein neues ziel angreift und das könnte wahrscheinlich eher die spurenwolke sein die sich beim teddy befindet das dazu die helden wie gesagt werden wir wahrscheinlich entweder einen shop bekommen oder es wird eine questreihe geben wir haben ja auch hier die möglichkeit sie in episch zu bekommen und episch kann ich mir gerade so leuchten ja wenn ich mir so an meine ressourcen also ich habe keine legendären kraftgren werden wir also sehen wann das kommt vielleicht wie gesagt eine questreihe wir können auch mal schauen gibt es überhaupt schon eine questreihe denn das habe ich nicht gesehen gibt es irgendwas hier ich glaube nicht dass straße zum sommer da mit dabei ist jenseits und geschützt das wird es auch nicht sein ich glaube da werden wir wahrscheinlich noch was bekommen vielleicht eine questreihe kann sein dass die schon mal drin sind dass man sich schon mal freuen kann dass es so ein teaser ist oder dass wir sie dann dementsprechend woanders bekommen ja ich würde sagen das wäre es dann auch hell technisch siehst sehr interessant aus was wir dort bekommen würde mich natürlich freuen was wir noch in zukunft bekommen weil ich glaube zwei schräge helden während sich bleiben also da wird man vielleicht noch mal was interessant ist vielleicht raus bringen was da vielleicht noch reinkommt wäre geil ja sie war uns dann würde ich sagen das wäre es mit dem video ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns dann in zukünftigen videos wieder bis dahin leute und ciao